So sieht das aus, Leute. So sieht das aus. Wir haben schon Fotos gemacht. Wir haben das alles gemacht. Ja, klar. Manche sind schon in der Hälfte. Wir sind schon in die Aufzugfahrt auf Einrichtungen. Also dann sollte man echt abholen. Oder woanders spazieren gehen. Aber da sind schon beweglicher die Leute. Ja. Man sollte sich irgendwie gucken. Man sollte gucken, dass man spazieren geht. Bewegen, ne? Bewegen. Sollen wir sagen? Geht die Schlechtkasse etwas? Genau. Ja. Ich bin dankbar. Ja, warte. Ich muss mal. Das scheitern. Ich mache es Mund zu Mund. Ja. 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 Vielen Dank für's Zuschauen.